Hallo, willkommen zum neuen Video. Es freut mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich mit euch ein paar Tipps durchgehen, die ihr anwenden könnt, um auch bei blauem Himmel, Sonnenschein und schwierigen Licht schöne Bilder aufnehmen könnt. Wir beschäftigen uns heute mit Komposition, mit den Beziehungen zwischen Elementen, wie ihr unser Auge das wahrnimmt und was ihr machen könnt, um starke Bilder zu erzeugen. Wie das genau funktioniert, seht ihr dann im Video, in verschiedene Beispiele im Video, wo ihr die erklärten Sachverhalte dann gut sehen könnt. Am Ende sind auch noch einige Bilder, die ich während der letzten Reise aufgenommen habe und die zu diesem Thema passen. Blauer Himmel, Sonnenschein ist sicher nicht das bevorzugte Fotolicht, aber auch wenn das so ist, kann man schöne Bilder aufnehmen. Alright dann, viel Spaß. Hallo, hallo. Hi, welcome from Namibia. Ich bin jetzt im wunderschönen Sossusflay, Deadflay unterwegs, also in der Nähe von Sesrim, in der Namibwüste. Es ist trocken und warm, so wie man Wüste kennt und sich diese vorstellt. Deadflay ist einfach wirklich was ganz Besonderes. Ein Flussarm wurde abgeschnitten von Wasser durch eine Sanddüne und diese Sanddüne hat jetzt den Lauf des Wassers verhindert oder verändert und dadurch sind diese Kameldornbäume, die da wachsen, vom Wasser abgeschnitten und sind vertrocknet. Was für die Bäume natürlich relativ schade ist. Für uns sind die fotografisch jetzt aber wirklich wunderschön und ihr habt sicher schon mal Bilder davon gesehen, aber ich habe das große Glück und darf selbst heute hier sein. Fotografisch gibt es hier einiges zu machen und zu beachten. Die dominierenden Farben sind blau und rot und wir haben noch hell-dunkel Kontraste und diese ziemlich stark. Also wir haben viel Licht zur Verfügung, was natürlich super ist, aber es ist natürlich nicht nur super, sondern es kann natürlich auch eine große Herausforderung sein. Man kann jetzt wahrscheinlich sagen, wenn ein strahlend blauer Himmel ist, es ist ja nicht so schön und fotografisch nicht so interessant. Ja, auf der einen Seite stimmt das, aber andererseits durch den hellen Boden, den wir haben, reflektiert er das Sonnenlicht zurück und die Schatten sind gar nicht so schwarz, wie sie eigentlich erscheinen. Kompositorisch versuche ich, dass die Bäume sich nicht überlagern. Das heißt, wenn ich Bäume auswähle, die ich fotografieren möchte, dann schaue ich immer darauf, dass sie möglichst separat stehen. Also wenn man zum Beispiel in dieser Reihe schaut, dann sind alle Bäume für sich. Grundsätzlich macht es sehr viel Sinn, wenn man dadurch ein gewisses Maß an Ordnung in ein Bild hineinbringt. Wenn wir jetzt hinter mir schauen, sind fünf Bäume und das wäre quasi eines der Hauptmotive. Man kann dann sich auch überlegen, ob man quasi da noch näher rangeht und das isoliert und das zum Beispiel so aufnimmt, dass man den als klares Hauptmotiv hat und eins, zwei, drei Bäume noch dahinter sind. Da meinem Auge suggeriert wird, dass alle Bäume gleich groß sind, habe ich natürlich den Eindruck von Tiefe. Von der Brennweite her habe ich eben ziemlich 160 Millimeter und dann versuche ich die Distanz so auszuwählen, dass die Position gut passt. Ich habe Blende 14 und mache trotzdem zur Sicherheit ein Fokus-Stacking aus der Hand. Für das Fokus-Stacking stehe ich einmal auf den großen Baum scharf und in einem zweiten Frame, wo ich versuche, möglichst nichts zu verändern, stelle ich auf die anderen im Hintergrund scharf. Somit habe ich den ganzen Bildbereich scharf abgebildet und das funktioniert dann super gut. Und das ist ein Fokus-Stack. 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 Danke fürs Wieder-Einschalten. Es hat mich gefreut, dass du dabei warst und bis bald. Ciao. 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 Ciao.